das ist doch das Spiel. Aufnahme läuft auch. Wieso steht das Nintendo Presents? Dann spielst du es doch so oder ist es Zweier? Ja, wenn Cynny sagt, dass eins ist nicht so tolli, dann spiel ich halt es Zweier. Nicht so tolli, ja genau. Ähm, genau, wir spielen Super Deadly World 2, nachdem wir jetzt... Danke, Framerate. Ja! Wollte auf Illusion aufgenommen haben. Fertig aufgenommen haben. Schon wieder alles auf Englisch, mein Gott. Mario, Mr. Deppelmann wurde gefunden auf der westlichen Insel. Du musst ihn fangen, lass ihn nicht entkommen. Der Deppelmann. Und der erste Level ist Baumklettern. Das klingt fantastisch. Und auf die Äste kann ich drauf springen. Ja, eine lange und herausfordernde, ein langer und herausfordernder Weg, so. Musik! Hey! Ich hör nicht, wenn ich sie nicht höre. Ja, ihr hört die natürlich nicht. Ist schöne Musik. Ja, ich glaub, es war gute Musik. War das, war das, war das, war das, war das... Beth Apple? Was war was? Du stirbst. Da muss ich hier hören, warte, da muss man die Musik ein bisschen lauter machen. Ich hör die gar nicht. Ist das Beth Apple? Das wär ja cool. Ich hoffe, jetzt bin ich nicht zu leise. Spiel einfach! Musik ist egal. Das könnte schon so ein bisschen so ne Version von Beth Apple sein. Ich hab keine Ahnung. Ich liebe dieses Lied. Spiel. Ich halte mich nur an der Musik auf, ich weiß, aber es ist... Die hören jedoch so in die Sonne. Ihr nicht! Aber es ist nicht... Es klingt komisch für Beth Apple, aber so ein bisschen hatte es den Anfang, ich weiß es nicht. Egal. Ja. Das ist Beth Apple, das ist Beth Apple. Was? Ah, du hast irgendwann Peacewitch vergessen, was ein Schar ist. Es kommt. Ach, ach, hier geht's hoch, ah, okay. Mir wird der Hack gefallen. Also die Musik ist allerdings ein bisschen zu schnell für den Level. Hätte woanders besser gepasst. Du spielst wahrscheinlich auf doppelte Geschwindigkeit. Nein, ich spiele ja normal, das seh ich ja. Ah, das ist Beth Apple. Nein! Das war doof. Ich muss die Musik noch ein bisschen lauter machen, ich will die hören. Ach, verdammt. Wie kann ein einzelner Mensch... So. Endgültig verblöden. So, haben wir das auch geschehen. Wow. Das ist eh weg, oder? Fail. Ach so, wir sind woanders lol, ich dachte gerade schon. Das sind alles nur Bilder, du musst, das sind... die Shoshi-Münzen existieren gar nicht. Ja, genau. Das ist eindeutig Beth Apple, jetzt hab ich genau hingehört. Sehr gut. Huch, da war's! Ich riech's mich den ganzen Tag mit dieser scheiß Musik auf. Warte, da hab ich doch gerade schon was gedrückt. Ich wette, es ist nicht die Musik. Aber es ist gut, wenn ich's gedrückt hab, weil hier sind's eh Blöcke. Moment. Ah ja, da fall ich runter, das dachte ich mir. So muss man dich so sicher, da unten einsammeln. Ich muss alle Yoshi-Cons einsammeln, in welcher Reihenfolge ist egal. Äh, ja. Semi-egal, sagen wir's so. Äh, wo willst du jetzt hin? Wo waren die anderen? Ah, hi. Ich bin lange dran vorbeigelaufen. Ich weiß nicht, was du gemacht hast. Aber du schaffst es echt, jedes Spiel kaputt zu machen, oder? Ich kann nix dafür. Manu. Wenn der offen ist, Mann. Wenn der doch offen ist, wenn der doch offen ist. New Monty Dessert, ja. Dessert, genau. Das ist jetzt ein neuer Maulwurf. Äh, neuer Maulwurf nachtisch. Was steht da dort? Ah, schrie einfach. Das ist voll unwichtig, was da steht. Das hat irgendwie überhaupt nix sinnvolles zu tun. Hi. Doch, eigentlich schon, aber. Die Musik ist auch wieder verdammt flott. Ich muss die Musik sehen, das hat mich auf Bucht mit der Übergangsgübs. Ja, ich spiele ja normal, also das passt schon. Nein, das ist ein Train-Brett steht bei uns bei 30. Jaja, aber ich habe ja Geschwindigkeit hoch. Ach, aber wenn du auch nicht mehr hochmachst, ist es doch schneller als normal, du. Aber die Musik ist dann auch schneller? Nein, das war doch vorne auch nicht so. Alles ist schneller. Hahaha. Aber bei der Framerate geht die Musik ja runter, also müsste die jetzt ja auch normale Geschwindigkeit ... Ne, das passt schon so. Ja, aber wenn du hochstellst, wird sie doch ein bisschen schneller als, äh, ist das Spiel doch ein bisschen schneller als normal. Das ist jetzt nicht original Geschwindigkeit, ja? Das könnte sein. Das ist ein Tick schneller. Das könnte tatsächlich sein. Hm. Das ist blöd. Aber bisher ist das ja der Hack sehr einfach, das ist gut. Ja. Tot. Hahaha. Das sagst du mal genau dann, wenn du stirbst. Hahaha. Ist der eigentlich ohne Safe States spielbar, oder? Was? Hä? Das würde ihn etwas herausfordernder machen, den ohne Safe States zu spielen. Ich spiel ihn mit. Ich spiel ihn mit, ja. Ich spiel ihn mit, ja. Wir wollen keine zwei Jahre zusehen. Hallo, das macht er immer wieder gern. Hahaha. Wow. Und komische... Ein guter schöner HDMI. ...Überblend-Effekte. Aber warum? Was? Nach dem ersten Canyon kann man den Sand nicht mehr berühren. Ja. Ist das der Canyon? Nein. Oh. Was ist der Canyon? Ja, der Sand ist zu warm. Tut mir leid. Ja, ihr merkt schon. Immerhin sind es keine Todesblöcke. Ihr habt es nicht gesagt, dass es nach dem zweiten Canyon nicht so ist, oder? Das ist jetzt dauerhaft so, sonst wäre das Ding ja nicht hier. Hahaha. Wäre aber auch lustig. Oh. Monty. Na, wie findest du den Hack bisher? Wunderschön. Oh. Oh. Hi. Hi. Und hi. Und... Ja, okay. Ja. Ja. Du hast was vergessen. Tod. Ach so. Hi. Löst die Weinen aus. Ah, danke. Und Spakt hat hier im Eiffekt wieder rum, oder? Und jetzt nicht, oder was meinst du damit? Hä? Und Spakt da? Spakt da? Spakt da? Ach so, dass der Himmel weg ist. Ja, der Himmel war weg. Ab to the sky. Ab to the sky. Nicht ganz. Nicht ganz. Da fehlt ein Ab. Haha. To the sky. Ja, woher kennst du den Namen, Spindy, hä? Der... Nee. Ich hab sogar heute herausgefunden, dass es sogar noch einen anderen Hack gibt, in dem es auch einen On-Off-Castle gibt. Haha. Ja, es gibt bestimmt mehrere On-Off-Castles, also. Ja, aber von einem hab ich's heute erfahren. Also, das heißt, dieser Hack heißt irgendwie PPP oder sowas. Ja, den kenn ich auch. Jetzt geh ich mal ganz schnell.